jetzt kommt die diana show herzlich willkommen zur neuen folge die diana show ich freue mich dass sie heute bei uns sind und natürlich freue mich dass meine lieblingskollegen ralph jansen und anna-kathrin kosch auch dabei sind ich bin sicher sie werden heute überrascht sein und etwas nützliches und interessantes für sie finden und natürlich das erste produkt ich möchte nur sagen dass alle werden begeistert von diesem produkt kleine große eltern kindern weil das ist was macht super gute musik und stimmung ja natürlich das ist wirklich der wahnsinn ist die anna hat heute für diese sendung ihre lieblingsprodukte aus und das ist was ganz neues da warst du sofort begeistert oder ja natürlich ich finde das so cool so gutes licht farblich sie können ein bisschen disco feeling zu hause machen ja und ich denke das ist super auch für wohnzimmer oder für kinderzimmer schauen sie sich das mal an das ist natürlich toll weil jetzt kann man ja nicht so wirklich party machen aber zu hause mit den kindern darf man das schon und das macht ja wahnsinns licht aber nicht nur licht ralf oder nein das ist also wirklich enorm erstens mal aber diese ich sag schon mal sternen im land die du jetzt wenn du es auf stellst an der ganzen ecke hast dann aber zusätzlich machen sie mal hier auf unsere einspielung sehen sie diese kleinen laser pointer die man jederzeit zuschalten können ja das ist phänomenal dann haben wir natürlich ein farbspiel und jetzt kommt eine app zum steuern und auch noch einen bluetooth lautsprecher oder mp3 player drin also für musik mit einschlaftimer sorgt das auch noch und schauen sie sich den sternen himmel mal an und stellen sie sich mal vor dass wir an der ganzen decke ich glaube das ist nicht nur für kinder faszinierend oder natürlich ich glaube dass es für jeder für männer für frauen für groß für klein das macht so gute laune so gute stimmung ja und natürlich ich denke dass es auch holster schlafzimmer was sagst du an ja wenn man zum beispiel nicht einschlafen kann licht hat ja auch eine wirkung auf uns menschen zum beispiel rot für die liebe oder vielleicht auch das grüne ist schon ein bisschen was beruhigendes wie ich finde und das kann man hier schön mit hilfe der app einstellen man kann sogar ein timer und zeitplan einstellen das heißt wann soll das licht angehen wann soll es ausgehen und das ist hier schön das kann man hier alles mit dieser app einstellen natürlich auch das licht guck mal und es reagiert ihr sofort wenn ich das hier antippe schauen jetzt möchte ich gerne pink dann wird es pink und das ist so einfach verständlich die app ist ja auch kostenlos natürlich die ist kostenlos elision heißt diese app zum steuern das ist herausragend aber jetzt können wir auch das wahnsinn pflicht spiel und sie müssen sich auch vorstellen das ist ja nur ein ausschnitt wenn sie sich das zu hause auf den boden oder auf den schrank stellen ist der komplette bereich hier im abstrahlwinkel von 150 grad ein sternen himmel und wenn sie dann noch möchten dann verbinden sie entweder ihr smartphone per bluetooth mit diesen sternen projektor oder stecken einfach einen kleinen usb stick rein und schon haben wir hier auch noch beste musik das ist also auch ein lautsprecher mp3 player und ein bluetooth lautsprecher jetzt habe ich mal ein bisschen musik von mir so ein bisschen jazz-like reingemacht ich kann weil die anderen wieder andere musik laufen aber ich finde ich finde das toll und ich freue mich auch dass weil ich denke immer ist ist das nur was was uns alten gefällt aber ich freue mich jetzt besonders dass das auch hier jungen hüpfer gefällt und ich glaube das ist auch generationen zu übergreifen was schönes und ich finde cool dass sie haben so cooles licht und sound dabei ja normalerweise sie müssen das ist getrennt immer ja diesen lautsprecher und licht und hier alles zusammen dabei ich finde das echt klasse etwas magisches was ganz besonderes ist es beruhigend das hat eine wirkung auf uns und gerade jetzt zum beispiel auch wo wir nicht feiern gehen können dann machen wir party für zu hause ist für mich sieht das wirklich aus wie so ein märchenhafter sonnenuntergang aufgaben oder wie sind so ein planetarium besucht wart ihr schon mal ein planetarium ralf ja ja natürlich aber ich fand es im planetarium gar nicht so so begeistert wie hier weil das ist wirklich spektakulär wir sehen hier ja das muss man immer betonen ganz kleinen ausschnitt wenn sie das im kinderzimmer oder auch im schlafzimmer aufstellen ist die ganze decke genauso wie ein sternenhemmel mit laser oder ohne den kann man als die grünen laser punkte die kann man einzeln zuschalten wenn man möchte oder weglassen die farbkombination so wählen wie man will dann schön noch der einschlaf timer also für kinder wäre das auch der wahnsinn ja weil dann macht man stellt man auf eine stunde oder eine halbe stunde ein kinder schlafen dann selig ein und dann geht natürlich auch der projektor in den schlaf er schaltet automatisch aus also ich finde das der wahnsinn was für diesen kleinen preis heute möglich ist ich möchte es auch haben dass der wahnsinn also für 31 euro ich hätte jetzt locker gedacht so 50 60 euro was ist ja auch noch ein aktiv lautsprecher 60 euro ist übrigens auch die unvermündliche preis empfehlung des herstellers und für 30 euro bekommst du ja nicht mehr eine gute lautsprecher box oder vielleicht eine lampe wenn es gut läuft aber hier haben sie also beides in einem ich kann man es auch schön vorstellen für das kinderzimmer fürs schlafzimmer oder fürs wohnzimmer wenn man einfach mal keinen bock auf fernsehen hat musik an und licht an und einfach nur genießen dann kann man auch so ein bisschen entschleunigen die bestellnummer ist die nx 5907 und die 569 und da kann man einfach mal gemütliche stimmung zu haben oder wenn sie zu hause sind sie können vielleicht ihre olle weiße wand nicht mehr sehen da kann man die band ein bisschen aufpimpen das ist was ganz besonderes für diesen preis ist auch eine schöne geschenke die ich finde also das ist was ganz ganz nützlich ist und wenn man viel zu hause ist der trend geht ja auch zum streamen man ist viel zu hause und schaut dann auch mal die lieblingsserie zu hause in der küche ja genau ich liebe das mein lieblings movie oder film gesehen ja aber immer mache ich das auf meinem kleinen handy display ja aber jetzt haben wir was geniales muss ich sagen ja extra dünn extra leicht und natürlich alle technische sachen erklärt uns also ultra dünn ultra leicht das hier ist ein ganz einfacher full hd monitor und so sehen sie den einrichtungs monitor da sehen wir schon was für möglichkeiten wir haben wir können den ganz einfach als zweit monitor für den laptop oder eben über ein handy betreiben und ich weiß ja dass die anna ganz ganz viele sachen über streaming dienste anschauen auf dem handy jetzt ist ein handy 5 zoll groß ja und jetzt würde ich sagen schließen was einfach mal an das ist jetzt übrigens ein apple gerät da brauchen sie noch einen kleinen adapter und schließen wir hier mal an und jetzt sehen sie dann gleich auf dem monitor ja die verbindung ganz einfach mit unserem handy braucht einen kleinen moment ja und da ist es und schauen sie sich das jetzt mal an und jetzt machen wir den streaming dienst auf man muss erst den streaming dienst aufmachen genau und jetzt haben wir eben das nicht mehr auf dem 5 zoll sondern hier auf dem 14 zoll in full hd-qualität und das ist wirklich bemerkenswert hier natürlich normalerweise schaut sie andere filme an youtube ist ja bei den jungen drin oder andere streaming dienste aber schauen sie sich das an stereo lautsprecher auch noch mit drin ich sage jetzt für leute die arbeiten haben wir noch eine ganz andere möglichkeit nämlich wir haben hier jetzt ein hdmi anschluss und du kannst das ja in jeder laptop tasche mitnehmen und dann kannst du es als zweit monitor für den laptop einrichten oder noch eine dritte möglichkeit ganz einfach per wenn man spielkonsole ja die ist meistens mit dem fernseher verbunden kinder wollen spielen papa will fernsehen gucken nimmst du den monitor dann machst du die spielekonsole dran aber für dich ist es ja ein traum jetzt deine filme nicht mehr so sondern so anzuschauen oder das ist super ich finde das klasse und auch ich denke gute für reise für kinder ja sie können alle lieblingssendungen gucken ja ich finde das so cool was sagst du ja auch für die kinder wenn es dann langweilig wird im garten schaut man einfach die lieblingsserie und natürlich auch jetzt wo man viel zu hause ist jetzt wo das schöne wetter losgeht dann ist man vielleicht auch ganz gerne mal im garten oder balkon terrasse oder beim frühstückstisch darf es dann auch die die lieblingsserie sein die man auf gar keinen fall verpassen möchte der trend geht ja immer mehr hin zu streaming dienst und das schöne ist dieser monitor ist so flach du kannst du ja rüber mit dir nehmen das ist nicht mehr wie früher wurde irgendwie der riesen monitor aufstellen muss ist der ist so ungefähr so groß wie ein platt papier wie a4 das sind fünf millimeter also 0,5 zentimeter haben wir hier an größe und gewicht gerade mal 500 gramm und das spürst du auch gar nicht passt vorne ganz locker in die laptop tasche rein wenn wir es als zweit monitor übrigens können sie jetzt einfach einen kugelschreiber schauen sie mal hier rein und jetzt haben wir den ständer jetzt steht er perfekt und jetzt kannst du eben filme schauen geht übrigens nicht nur mit apple geräten wie gesagt bei iphones brauchen wir oder bei anderen apple geräten einen kleinen adapter von lightning auf hdmi aber hier haben wir auch ein usbc anschluss und die neuen android handys die größeren die haben alle usbc und die kannst du jetzt direkt anschließen aus pc auf usbc und dann hast du auch sofort deinen monitor kleine tablets zum beispiel auch als zusatz monitor also es gibt hier um unzählige anwendungsmöglichkeiten für diesen monitoren mich wundert es nicht dass das einer deiner lieblingsprodukte ist weil du bist ja so ein streaming könig ja ich liebe das zum beispiel auch ich nutze diesen groß format man koche ich etwas ja und dann ich kann besser alles sehen und ich finde das so bequem so praktisch und für diese preis toll es ist natürlich auch toll ist es eine gute qualität full hd und man hat ja auch das ist ganz clever gelöst diese möglichkeit dass der monitor von alleine steht man steckt hinten einfach einen kugelschreiber rein kugelschreiber hat glaube ich jeder zu hause ist auch super es kann auch ein bleistift sein kann es egal aber das ist wirklich cool gemacht wir haben nachher auch noch eine alternative dazu aber das ist wirklich schön erschrecken sie jetzt bitte nicht dass das bild was wir jetzt über das internet bekommen ist immer so 30 sekunden zeit versetzt das heißt wir können jetzt noch mal schauen ob wir alles richtig gemacht haben aber ich finde das perfekt ist es so schöner oder ist es so schöner ich weiß übrigens ich kenne viele männer die schauen sogar auf dem handy fußball und ich muss sagen ich habe das einmal versucht da siehst du nicht mal den ball so klein ist das jetzt schließlich anderen 14 zoll full hd monitor und dann ist es perfekt und der war lange ausverkauft jetzt ist er endlich wieder lieferbar und dann auch noch zum tv sonderpreis also da würde ich nicht nur den jungen damen die streaming dienste nutzen eine empfehlung aussprechen sondern eben auch der arbeitenden bevölkerung die gerne mit zwei monitoren arbeitet und das kannst du an jeden computer anschließen oder dann natürlich auch für spiele konsolen also eigentlich für jedermann toll ist natürlich auch der preis 142 euro da wundert es mich gar nicht dass es lange zeit ausverkauft war zwar viele nutzen das auch beim campen dieses jahr großer trend camping weil der urlaub vielleicht flach fällt und den urlaub lassen wir uns nicht nehmen und da kann man das schön mit irgendwo hinnehmen selbst wenn dann fußball zeitgleich ist wie ralf gesagt hat kann man dann eben auch fußball schauen oder mädels unsere lieblingsserie oder unsere schmink tutorials oder rezepte oder was auch immer how to do alles kannst du damit anschauen und ich meine 142 euro ist ein full hd monitor der eine unverbindliche preis empfehlung des herstellers von 300 euro hat wundert mich gar nicht bestellung ist die nx 49 33 und die 569 für einen bestseller nicht nur ihr bestseller auch dianas liebling weil jeder schaut auch ganz gern mal filmchen serien oder youtube oder stream musik wie auch immer ich mache sogar bei youtube sport mittlerweile weil die fitness das tut es ja noch geschlossen haben und so was wir ja auch gut geschützt sein die fast genau für diesen monitor und ich zeige ihnen das auch mal wie einfach die anzubringen ist die passt nämlich perfekt vorne und hinten und ist jetzt leicht magnetisch jetzt ist der bildschirm geschützt ja und so kann man auch ein machen in die tasche sie sehen der wird auch nicht viel dicker aber wenn sie ihn jetzt nutzen wollen können sie die schutztasche einfach umklappen und guck mal jetzt haben wir den standfuß hier und jetzt geht es auch wieder perfekt und nachher einfach wieder kabel abziehen man muss nicht mehr ein und ausschalten das machte automatisch ja und wenn er dann wieder eingepackt werden soll einfach drüber machen und so ist er wunderbar verpackt ja ich weiß auch warum das dianas lieblingsprodukt ist diana ist letztens ihr handy so schlimm kaputt gegangen sie gleich neues brauchte weil sie keine schutzhülle hatte er hat währenddessen sie eine neue schutzhülle bestellt hat ist ihr handy runtergefallen und naja den rest können sie sich denken die schutztasche sollte jeder haben und wenn wir die schutztasche mit dazu bestellen kommt sie übrigens auch versandkostenfrei zu ihnen nach hause also da lohnt es sich doppelt und am besten gleich noch das kabel mit dazu bestellen und zwar haben wir jetzt das passende kabel also das ist usb a auf usb c die stromversorgung des monitors findet über usb c statt das ist eine ein meter lang das reicht also übrig und wir werden auch gleich ihnen noch das passende leistungsstarke netzteil dazugeben und damit ist man dann eigentlich komplett ausgestattet ich für kleines geld am besten mit dazu bestellen weil wie gesagt wenn sie das komplette bundle bestellen dann kommt auch versandkostenfrei zu ihnen nach hause und netzteile empfehlen wir auch noch dazu die kann man ja immer gebrauchen das brauchen wir immer hier am besten gleich das komplette z dazu bestellen gerade so usb netzteile brauchst du auch für smartphones fürs handy für tablet pc also die verliert man ja auch ganz gern mal die vergisst man ich meine für fünf euro ich habe da schon wirklich welche für 10 15 euro gesehen das ist natürlich ganz fantastisch ihr usb netzteil für mobilgeräte hat die bestellnummer sd 2201 und die 569 wie gesagt wenn sie alles im bundle bestellen dann kommt der monitor auch noch versandkostenfrei zu ihnen nach hause es lohnt sich hier zuzugreifen und da wir momentan in einer sehr angespannten situation leben müssen wir die anspannung loswerden nämlich mit einem massaggebürdel der extraklasse die an das ist wirklich ein highlight ne ja natürlich ich liebe massagen denke jeder liebt massagen für mich das ist so cool dass sie können ihren massagen bekommen morgens nachmittags in pause auf dem couch abends ja also immer und ich habe immer ein bisschen schmerz in meinen nacken oder schulter deshalb das ist mein lieblingsprodukt das ist natürlich toll weil hier kann man die intensität selbst einstellen das ist so ein gürtel der ist ganz hochwertig aus diesem kunstleder gefertigt und jetzt legt man sich den entweder schulter nackenbereich um man kann es aber auch für für waden nutzen also dann nutze ich das sehr gerne weil ich häufig unter wadenkrämpfen leide und jetzt haltet man das ein und je fester sie daran ziehen desto intensiver wird hier die massage und man hat hier so drei köpfe massage köpfe sehen sie das und das rollt so schön das fühlt sich so an wie die daumen eines masseurs die hier hoch und runter massieren ich muss ich muss diesen chance nutzen und ein bisschen genießen weil das ist einfach klar das ist toll das ist super das füllt wie jemand macht mit finger diesen massage guck mal wie cool ist das oder ist ja sogar wärme mit dabei genau das sind infrarot licht genau und das schöne ist hier über die wirbelsäule ausgespart hier kommen die wirbelsäule hinein und jetzt sieht man hier schön diese massage köpfe die die handbewegung eines masseurs auch nachahmen und ich glaube momentan kann jeder eine massage gebrauchen wie sieht es bei dir aus ralf bist du reif für eine massage ich glaube jeder ist reif für eine massage aber ich habe unseren herren noch einen ganz tollen tipp meine herren kaufen sie ihren damen diese diese massage gerät ich sage ihnen auch genau warum bei uns geht es immer recht hektisch zu es ist immer ziemlich laut und die mädels hört man das kennen sie auch raus sobald sie aber diesen massage gürtel auf den schultern haben ist es mucksmäuschen still eine himmlische ruhe weil sie dann sich natürlich auch entspannen und wir männer wir männer freuen uns natürlich auch wenn wir wenn wir uns massieren lassen können und das geht für man für frau und eben auch an verschiedenen körperpartien aber auch männer können manchmal anstrengend seine diana so ist es ja nicht es kann natürlich auch job liegen kinder die rumschreien wir alle sind verspannt und das ist natürlich toll wenn wir hier uns auch mal im büro massieren lassen können oder zum beispiel auch mal unterwegs hat ja auch ein adapter für den zwölf volt anschluss im auto bitte natürlich nur während der pause ne oder der beifahrer das wollte ich sagen dass ich reise viel ja und das immer habe diesen nackenschmerzen das ist ich hasse das ja und hier zum beispiel sie können das unterwegs nehmen weil das ist klein kompakt sie können einfach ein bisschen pause machen ja nehmen sie einfach platz beim parkplatz oder so und einfach genießen sie ihren massagen oder zum beispiel auf dem terrasse oder im balkon ja oh mein gott was kann besser sein und was mir besonders gut gefällt durch diese arm schlaufen die wir vorne haben bestimmen sie die intensität wenn sie es locker lassen wenn es eine ganz lockere massage je mehr sie mit den armen oder klein wenig druck drauf geben desto intensiver wird diese schia zu druckpunktmassage und natürlich lieb ich sie auch ja ganz ganz sicher ich kenne auch keinen der sagt oh nee bleibt mir weg mit der massage massagen mag jeder jetzt im moment ist es ja schwer wenn gar unmöglich termine für massagen zu bekommen also ich weiß nicht wie euch das geht gerade hier so schulternacken bereich oder durch falsches schuhwerk dann auch mal dass die füße wehtun die waden man kann das nämlich auch wunderbar für die waden übrigens nutzen dann legen sie ihre füße einfach aufs sofa und legen da jetzt in diese kuhle in diese mulde einfach ihre waden rein werden die waden schön massiert gerade wenn man wadenkrempfe hat das ist was ganz unangenehmes dann legen sie einfach nur die waden drauf oder vielleicht auch oberschenkel für das bindegewebe auch ein bisschen aufgelockert also für 37 euro hier sieht man das übrigens mal schön ich meine für 37 euro da machen sie alles richtig die bestellen wir für unser massage gerät unser schia zu massage gerät für schulter und nacken ist die nx 32 42 und die 569 greifen sie jetzt zu ich finde ralf das ist auch mal ein schönes geschenk oder natürlich man beschenkt sich auch damit also man kann es jetzt meine herren jetzt noch mal was cleveres schenken sie es ihren frauen und nutzen sie es dann auch regelmäßig selber weil massagen bietet jeder in jeder altersklasse und jedes geschlecht für 37 euro 99 jetzt werden sie sicher auch festgestellt haben dass diana unglaublich sportlich ist die macht ja auch viele sport ist jetzt ein bisschen gehandicapt weil wenn ich mich nicht irre sind die fitnessstudios immer noch zu ja genau und natürlich für mich das ist sehr wichtig dass mein training und nimmt keinen platz zu hause ja und das ist sehr sehr ruhig muss sein und hat kein kabel und natürlich haben wir diesen fantastisches club heim trainer ich liebe das und auch für leute nicht nur für beine ja ich mache ich viele übrigens für meine hände für die arme ja genau super bei ihnen ist es ganz klein und platzsparend zusammenklappbar das sehen wir jetzt gleich hier sehen sie wenn das ganze hinter die tür stellen das nimmt ja überall gar kein platz weg und das schöne es hat auch kein kabel dadurch kannst du es eben auch überall platzieren und das werden sie vielleicht auch schon mal gehört wenn sie eh schon gelenkprobleme haben wenn sie schmerzen haben schulterbereich wenn sie knieprobleme haben ist wo fahrrad fahren das beste was man machen kann gerade wenn man ein bisschen übergewicht hat weil du da eben dein eigenes körpergewicht nicht tragen muss stimmt ja und nicht nur übergewicht sondern auch die knie spielende rolle also bei mir ist es ja auch krankiges alter was auch gleich auffällt wenn sie jetzt ein bisschen älter sind so wie ich ja der einstieg da muss man sich nicht verrenken muss kein spagat machen man kommt da ganz bequem rein ja also auch hier und jetzt ist eben schön wie bequem man sitzt was ich liebe weil ich habe ja andere prioritäten als die jungen hübschen damen hier aber was ich liebe ist diese rückenlehne weil das ist entspannend für den rücken und jetzt kann ich mal ein bisschen radfahren ja das ist toll weil gerade wenn man eh schon knieprobleme hat ist fahrradfahren wirklich sehr sehr wichtig für die knie weil es besonders gelenkschonend und wenn sie das vielleicht auch schon die probleme haben dass sie ihre schnürsenkel nicht mehr zu machen können oder dass sie vielleicht treppenstufen meiden weil es ziemlich anstrengend ist ist das genau das richtige ich finde das cool und ich liebe das auf diesem monitor du hast gar alles sehen wie schnell bist du wie weit bist du wie viel kalorie kalorien hast du verloren das ist sehr wichtig für mich ja das kann ich sehen ob ich ich kann noch ein stück kuchen aber was ich auch schön finde hier wird mir mein puls angezeigt ja das ist für mich immer interessant im moment bin ich sehr gut 76 das ist hervorragend da bin ich jetzt richtig stolz drauf aber ist für viele auch ganz interessant und gerade wenn man älter wird und was ich an heimtrainern früher immer gehasst habe ist man hat eine halbe stunde am tag trainiert 23 stunden stand das ding im weg rum hier klappbar einfach weg und wenn sie trainieren wollen vor dem fernseher auf dem balkon auf der terrasse klappen sind aus und setzen sich drauf so wie ich das jetzt auch schön über den pulssensoren kontrollieren natürlich weil das ist auch gesund sie machen sport sie machen cardio und das ist sehr sehr wichtig dass sie kontrollieren wie fühlen sie sich und sie können das sehen und natürlich ja für unsere männer haben wir diese expander also normalerweise wenn man sich sowas kauft also gerade so die unverbindliche preisempfehlung des herstellers wenn ich mir anguckt da sparen sich noch mal 45 prozent die liegt nämlich bei 380 euro also da kann richtig viel geld sparen übrigens fahrrad fahren steckt auch das immunsystem habe ich gelesen ja also mir ist es eigentlich egal aber ich für mich war es zeit wirklich ich fühle mich stark aber für mich war es dass ich mich endlich mal wieder ein bisschen bewege weil wir sind alle in diesem bewegungsmangel in der abwärtsspirale und hiermit kann ich mich ein bisschen bewegen schauen sie meine herren setzen sich drauf schauen sie nebenher fußball ihre lieblingsserie fahren zwar mit der formel 1 oder bei uns die diana show fünf euro show zehn euro show und ruckzuck ist mal eine halbe stunde stunde rum und dann hat man das gute gefühl und sie müssen sich nicht mal umziehen sie sehen ich stehe hier auch in ganz normaler hose und schuhe ist einfach perfekt ich sitze hier natürlich ich stehe nicht aber gleich stehe ich wieder aber es macht richtig spaß ja und das ist auch schön gummierte der griff kann man sich schon festhalten man sie auch jederzeit anlehnen und hinten festhalten also das ist natürlich genial kommt übrigens auch versandkostenfrei zu ihr nach hause genau und natürlich ich finde es cool dass sie können sport machen bei jeder werte ja für mich zum beispiel wenn es regnet ich habe keine motivation ich will nicht draußen gehen aber hier sie haben das immer zu hause auf dem balkon auf dem garden also einfach sie das macht bisschen motivation vielleicht weil man haben sie diesen gerät zu hause dann sag mal ich habe eine kurze frage ihr seid doch die sport freaks warum mache ich jetzt und gehen sie gegen die abwärtsspirale gegen die bewegungsmangel vor und das macht man sehr sehr intensiv mit einem solchen fahrrad ich meine sie können sport machen zum beispiel ein schlafzimmer und sie stollen niemand das finde ich auch für sport und schlafzimmer das gefällt uns rein greifen sie jetzt zu und vor allem der ist sofort lieferbar die bestellung ist die nx 33 51 50 und die 569 und der hat die expander noch mit dazu das ist natürlich genial für diesen preis haben sie so viel spaß wie wir weil das ist wirklich was ganz besonderes wir bewegen uns ja momentan ein bisschen zu wenig und deswegen lassen wir uns motivieren mit dianas lieblingsprodukten und er ist der trend des jahres der hula hoop reifen ja und diana ist schon ein richtiger vollprofi und sie können es auch werden der war monatelang und ich übertreibe jetzt nicht monatelang ausverkauft seit heute ist er wieder lieferbar ein hula hoop reifen der extra klasse und nicht so wie früher mit diesen plastikteilchen die dünnen sondern hier haben wir eine absolute fitnessfunktion und es ist sofort wieder lieferbar für 18 euro 4 das ist das trend fitnessprodukt des jahres auf jeden fall ich glaube sie haben alle schon mal davon gehört ich persönlich wurde in den letzten wochen und monate so oft angesprochen wann sind sie wieder lieferbar an alle die mich gefragt haben genau jetzt ran ans telefon holen sie sich das es macht der ganzen familie spaß ob männlein oder weiblein man kann es überall machen man kann es überall hin mitnehmen weil die sind auch noch ins stecksystem zusammengesteckt das heißt man kann die auch auseinander klippen und dann einfach in die handtasche stecken und mitnehmen zur freundin und dann gemeinsam hula hoopen und stehen also das ist jetzt nicht nur ein hula hoop reifen wie man früher vom spielplatz kennt die haben 1,2 kilogramm und haben noch diese noppen das massiert so ein bisschen das bindegewebe hier und straff bauch ist auch gut für die hüften und für den rumpf also ein tolles ganzkörper training man macht das immunsystem ich finde ja immer wichtig dass wenn man sport macht es auch spaß macht oder ja und das ist sehr kompakt du kannst das auch alles aufbauen ja und sie können das immer zu mitnehmen zum beispiel in reise das ist so ein bisschen kompetition machen mit ganzer familie ja zum beispiel ich mache immer mit an und jetzt ist so gut das stört natürlich ein bisschen das haben sie zu hause nicht aber seien sie clever und schnell und bestellen sie jetzt die bestellnummer ist die nx 79 96 und die 569 und das ist übrigens ein fitnessgerät wirklich für die kinder für die erwachsenen für die omi genauso wie für die enkelin und auch der opa und der papa dürfen mal mitmachen ich weiß nicht irgendwann probiere ich es auch aber ich finde es schon faszinierend euch dabei zuzuschauen macht ja auch spaß wenn man dabei nicht nur reden muss ein bisschen spaß selbst hier bei uns im studio und sie können sich den spaß nach hause holen ein bisschen bewegung ein bisschen spaß bisschen fitness freundlich schön schön wird geht mal raus in den garten und macht ja ein bisschen hula hoop und noch mal er ist sofort lieferbar und mit musik das werden wir feststellen schau mal macht's gleich jetzt gibt's richtig gas 18 euro 4 das ist unser tv sonderpreis für dianas neues fitnessgerät für das fitnessgerät das ganz in ganz deutschland nein in der ganzen welt voll im trend liegt und ich finde es auch wirklich unglaublich toll nicht nur zu zuschauen sondern das vielleicht auch mal selber auszuprobieren ich kann es auch machen wie du uns gerade vorgemacht hast kann man das gucken wie lang kannst du das machen ja zum beispiel ich kann ich sage fünf minuten mache fünf minuten am stück eine minuten am stück ich schaue auf die uhr ok ich bin die anna du hast doch richtig geübt oder so die richtige musik haben wir auch noch gefunden und die finden sie zu hause auch aber jetzt ran ans telefon holen sie ihre lieblingsprodukte und vor allem ganz schnell sein beim hula hoop reifen der war vier monate lang ausverkauft jetzt ist er für sie wieder lieferbar für 18 euro und vier und noch einmal für sie die bestellnummer die nx 79 96 5 69 ich glaube ich bring mir den jetzt auch mal ich hol mir den jetzt auch mal da bin ich jetzt mal gespannt ob das funktioniert bei euch ich mach mal ralp komm jetzt erstmal schauen ob er das zu zweit kommt jetzt bin ich mal gespannt ach ja eins versuch kriegt er er kriegt noch einen versuch ich warte bis wir noch fünf sekunden sind ich danke euch und wünsche euch viel Spaß mit unserer ich mach das Gute Das ist mir